Wenn du auf der Suche nach einer klassischen Laufjacke bist, dann ist die Adidas Response Wind mit Sicherheit in der Verlosung. Sie ist ein schützender Allrounder bei Wind und leichtem Regen. Entstehende Feuchtigkeit oder überschüssige Wärme werden nach außen abgeleitet. Gleichzeitig schützt dich die Windjacke auch bei leichtem Regen. Die Daumenlöcher an den verlängerten Ärmeln verhindern ein Verrutschen der Jacke und schützen deine Handrücken vor Kälte. Die Reißverschlusstasche bietet dir genügend Stauraum für deine Laufutensilien. Zeitloses Design und funktionelle Eigenschaften, das zu einem günstigen Preis. Das sind einige Gründe, die für die Adidas Response Windjacke sprechen. Du erhältst sie in deiner Runnerspoint Filiale oder bestell sie ganz und die Frage der Laufücke beThank. Untertitelung des ZDF, 2020 Achso traf, 2020 und die Frage der Laufkader SGBT